Herzlich Willkommen im Bremer Ratzkeller. Mein Name ist Arnd Feier, ich bin Geschäftsführer und leite die gesamte Gastronomie mit all seinen vielen Ausprägungen. Also die Gastronomie des Bremer Ratzkellers gibt es seit über 600 Jahren und dementsprechend machen wir hier eine traditionelle Gastronomie. Wir konzentrieren uns auf norddeutsche, deutsche Speisen, also Schwerpunkt ist viel Fisch und die bremischen Spezialitäten, die man kennt, Lapskaus, Knipp, Pannfisch zum Beispiel. Schwerpunkt des Hauses war schon immer der deutsche Wein, die Geschichte des deutschen Weins und auf unserer Weinkarte befinden sich nach wie vor viele viele Weine ausschließlich aus Deutschland. Ich bin der Kellermeister des Bremer Ratzkellers, davon gibt es nur zwei in Deutschland. Mein Name ist Karl-Jusuf Kreuz. 1405 hat man das Rathaus gebaut, das alte Rathaus war zu klein geworden und dann ist der Ruf des Kellers stetig gewachsen, natürlich auch mit seinen Gästen Heinrich Heine, Hugo von Hoffmannsthal, von Tarnere Wagner. Die Queen hat hier den Willkommensdienst der Stadt Bremen bekommen und 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 und, ist schon eine großartige Aufgabe, die werden wir zu erledigen haben. Dann gibt es natürlich auch eine Besonderheit, der Wein zur Schokolade. Das ist eine gern gebuchte Kellerführung bei uns. Wir haben natürlich Wein für jeden Tag und für viele, die das mal ausprobieren möchten und dann findet jeder einer seiner passenden Wein zur richtigen Schokolade. Für mich allerdings, ich mag es lieber klare Verhältnisse, entweder die Schokolade oder den Wein. Danke, danke. Vielen Dank.